hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier mit adi guten abend bei mir scheint sondern schon rein oder geht unter sagen also da hinten genau da ist der erste tag hat bald ein ende deswegen finden von kurs zu hause gleich flieger perfekt wiederkommen ich mache schon mal narkotik und dann tellen wir uns gleich ein froh ein frosch wahrscheinlich ein pinguin so 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 geil 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 wo bist du äh noch na gut Kilometer nicht mal 500 Meter ich mache mal lucky lucky ich sehe dich nicht doch alles eigentlich ja siehst du mich ja ich stehe unter dir so dann bin ich auch schon wieder bleib mal stehen komm mit alles und warten alle stehen und liegen lassen alle stehen und liegen lassen du kommst jetzt mit komm mit komm mit und dann mach den petri erstmal auf nicht follow ja ist mir auch schon aufgefallen komm mit wo ist du ja ja jetzt nach unten wuuu wie willst du wieder hochkommen ja warte ich komme bring mal petri bitte mit ich habe mich nicht so gut ich würde sogar wieder hochkommen ja gut soll ich den petri trotzdem mitnehmen oder lieber nicht so ja wollen wir hier einen männlichen ach warte mal weißt du was 39er them oder ich nehme ein petri doch nicht mit ich ich grab dich einfach äh wollen wir ein heranwachsender level 12 nehmen ja wo bist du nur hinter dir ja mach mal nee nee warte 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 ich hab einen besseren ich hab einen besseren komm mit ich hab mal richtig der richtig geil aussieht kommen wir müssen hier hin ja ja du schwimmst rüber das ist ganz einfach hier der ist grün genau bei einer eiskälte du das level 45 zweiblich minus 23 grad hier unter wasser ja und hier sind alles schon ja dann weil ich wie viel guck mal wer ist level der ist level 45 junge der braucht fünf pfeile und zwei in den kopf ja das kannst du hin ja hier ja wo bist du nicht den ja der ist 45 prima hier sein seine frau um ja das ist dann seine frau nein dass er seinen mate boost verliert so ist weg ja die singt man kennt ihn bleib doch stehen du vogel jetzt ja der ist einfach fall von vorne und von hinten joo geil wir haben ihn hast du primate scheiße ich hab gar nichts ich hab euch ja vielleicht bringt das was mehr nee das hat er schon gelesen jetzt ist scheißegal mein Schwert ja wow bin ich dumm packen das Räucherfleisch raus hier da perfekt los geil da brauchen wir noch einen anderen Fahrt oder könnten wir vielleicht in der heutigen Elbenmännchen brauchen wir dann noch hoch wo wollen wir nennen denn die kauri doch wenn du fertig bist hat oh shit oh shit er will nicht leite bis gleich overrated ich ich merke schon das scharf lass mal los lass mal los lass los nimm mal den äh dings hier mit nimm mal ihn hier mit nimm ihn mal mit dann nicht mich du sollst den da mitnehmen ja erzähl mir schon männchen am besten auch low level das war doch männchen außerdem habe ich nicht genügend pfeile für den weibchen so ein level neuner wäre perfekt ne wir sind hier alle weibchen kannst du mir das mal erklären bitte keine ahnung oh männlicher level 6 den hole ich ich hoffe der es sieht nicht ist hat wenigstens ein bisschen dunkel dunkelgrün ja die sing ja wenn das jetzt auch zweimal passiert ne ja ne er liegt sehr schön jetzt habe ich aber kein fleisch mehr das ist nicht schön jetzt weiß ich nicht wo du bist oha hier ist eine rota weil ja ja da habe ich auch gesehen komm mal her nimm ich ja ne will 39 das ist dem atem ja ich habe aber keine pfeile mehr brr ich habe aber die vollstände gefahren ich war grad hinter dir ach so das männchen 39 tötig gerade warum hier hätten wir auch ziehen können der war auch geil gewesen ja kommen wir mit hier rüber also da liegt da ich will nur anmerken dass du nichts zu essen in ihm drin hast und dich zu schlägern ich habe doch grad fast gefahren ach ja und so dass wir ihn nein nehm ihn nehm ihn grab ihn ich glaube mich hoch mit der grappling hook der ich habe doch genug ich habe es genug Platz ich habe freigemacht ah ja der beste der beste war man bleibt hä null ich hatte dich als ob ja geht er noch ein stück weiter nach unten nein ja ich bin blöd ich gehe einfach normal ist mir relativ scheiße ne das ist doch und jetzt zu druck als zwei soll ich noch eine rolle machen wo ist der hier wo ist der p der pinguine andere ja bring ihn mal rein ins haus stelle neben den so mal kurz ist gucken ist das feuerstein auch ein pinguin bei uns drauf hier sind weiblicher hier sind noch ein weiblicher level 39 der sieht gut aus ja dann fahren mit mehr nacko bären denn meinte ich versuche jetzt mal ein käfig und den da reinzulocken hast du irgendwie sachen für den käfig hat immer ich habe irgendwo holz gefahren dazu ich habe das ich habe das in die ich habe das in die dings rei gepackt warte mal ich habe das reingepackt das hast du ja eigentlich alles für rotze drin oder faser wo ich meine fasern hingelegt habe ich die hier drein gelegt nein das sind meine 500 hier drin sind hier sind keine feuersteine drinnen adi sehr sehr schön wir haben die habe ich in meinem paracenta die gräser da sind auch noch tausend öl drin und sowas sind also die wir alle in die werkbank gehen hier drin habe ich das nicht weil du mein ein auch man hat doch die klappe ich will uns wenn es braucht was ist meine schweiz so meine Fasern alter können die Wecker anscheinend schon Bromachschild Fasern geben wir mal bitte zwei Prozent zehn oder so aber nicht bräuchte für das ding die hose die hose die hose kann was wollte ich denn jetzt sagen Herr Fasern da muss los wo sind die hier warte boah das vielleicht auch lädt so käfig um das ding da reinzukriegen warte mal wo ist denn hier im käfig da holzkäfig ich jetzt fahre ich wieder runter da das und da 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 ja ich hab's geschafft guck mal das ist jetzt im Käfig drin glückwunsch zwei käfig gemacht ich dachte ich schaffe das nicht dafür finden wir aber auch noch verwendung scheiße sie rausgepackt Perfekt ich bin cool da draußen der enthüle junger der hat Maul- äh Mauldings bekommen Maulsperre mit hatte das immer bitte alles und Fabrikator packen und so ja um Dankeschön mit m Fabrikator wo ist denn das Ding ist oben eine Tasche über uns Menschen hast ja aber akkurat gebaut du ja ich weiß also das ja den guckt da nicht raus das Ding nö warum auch daher also Meisterleister als Fakten ja das wirklich mal wieso wie gehe ich denn so scheiße fiel actually die 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 als ob das hier runter geht ja moin oha oha oh mein Gott Flynn Alter Falter, komm auch kurz wo bist denn du? Nein, ich muss jetzt mal das Haus hier bauen wow, das sieht schön aus äh, die eine Treppe ist, äh, die eine Wand ist ein bisschen komisch ist mir egal aber sonst ist geil, aber wir brauchen noch so einen Schornstein, diesen komischen äh was schiff ja, nur diesen komischen Ofen da ist, geht doch dieses Rot in raus passt schon Mann ey, kannst du... was kann ich? nix, alles gut schickert ja, eindeutig schicker gerne kannst du mal die Hälfte Metall, die hier ist und die Hälfte Kristall, bitte hoch bringen in den... ne... in den Favorikator und auch ein bisschen Fasern, Leder und Holz, was ich dir jetzt hier gleich wieder rein packe die Hälfte Metall die Hälfte Metall die Hälfte Kristall sag mal sag mal ready hast du das ganze schon verbraucht, das war 1400 nein, die habe ich noch gar nicht rausgenommen ich habe hier tausend ja, ich habe hier tausend... ja ne, ich habe die schon da reingepackt im äh in die die Werkbank ja, kann sein, dass ich die schon im Fabrikator hochgebracht habe das ja alter junger ich finde es akkurat, du vor allem die Wände hier, vor allem die Wände hier, die diese... die sind am besten du... nein, die sehen doch gut aus ja, 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 ja passt auch, passt auch zu dir... Wände da drüber das ist echt geil, du das soll auch gar nicht die Außenwand sein, oder? nein glaub ich, der glaub ich, der dann rei ich das halt doch mal ab und mach das nochmal neu das ist insane, aber wie du baust ja, ich weiß ich bin auch Flynn du bist ein Arsch du bist ein Architekt eigentlich ich will auch gleich mal was machen und zwar will ich den Berg hier dennoch über uns Mann 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 Rage von 0 auf 100 wie ein Tesla Auf jeden Fall geil kannst du... Auf jeden Fall geiler Aussicht So, sieht gut aus? Komm mal hoch, sieht geil aus Also hab ich gebaut, ja, das sieht geil aus vor allem die Lücken hier oben drin vor allem die Lücken hier oben drin Guck mal in die Decke Ohhhh Ohhhh Du schneidst euch Das ist instabil ist, fuck, alter wenn ich da ein... Dann ist da einmal nur gegen Puse das Ding würde nur umkippen, alter auch... Ach, ich kann's ja nochmal so machen, aber da muss ich alles abbeißen Nein, lass das jetzt auch Sieht schön aus? Hast... Ja Das sieht halt einfach... Das hab halt ich einfach ich gebaut Und das ist geil Ja, ja, auf jeden Fall Nein Komm mit Ähm Und zwar hier hinten, guck mal Hier gehen wir immer auf, guck mal Das wollte ich zeigen, aber warum hast du das Ding abgerissen? Du kommst ja da so oder so raus Guck mal, mein Schüler kann ich auch verstecken Ja Das Problem ist, ob du den wieder findest Nicht sein den Arm Hier oben Hier oben Nein Also ich helfe dir nicht Ich helfe dir nicht Der Petri bleibt hier oben Mann, Flynn, alter Ich pfeife alles runter Ich pfeife alles runter Ja, gut Mann, bist du ein Autist, alter? Hab weggemacht Komm Schrage mich Alter Bleib doch stehen Soll ich mal, soll ich nur noch ganz oben fliegen? Ey, du Arsch Ups Ey, du Arsch Kein Einziger Oh, scheiße, ich hab mit kassiert Ja Trotzdem noch 203 leben Oh Ich hab meinen Peter Rahnudon geschlagen Okay, aber Leute Das war's mir noch die Folge Dass er verdankt hat Wenn euch diese Folge gefallen hat Und Ciao Leute Ciao